Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe hier einen Weihnachtsengel zum Anhängen von Willeroy & Boch. Willeroy & Boch ist eine Firma, die sich ganz doll auf Keramik verstehen. Die haben sehr schöne Produkte für Haushalt von vorn bis hinten. Also mir sind zumindest Geschirr bekannt. Es sind auch für das Bad hier WC-Becken, Waschbecken und solche Sachen sind mir bekannt. Da gibt es ganz tolle Sachen von Willeroy & Boch mit hohen Qualitäten. Finde ich total schön. Dieser kleine Engel ist natürlich wertintensiv. Ich sehe es ja schon 16,29 Euro. Aber das ist das, was eben Willeroy & Boch auch ausmacht. Nicht nur die Qualität ist hoch, sondern der Preis leider dann auch. Aber wer das Besondere haben möchte, muss eben ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So habe ich das auch schon schmerzlich erfahren, als wir uns ein Waschbecken gekauft hatten von Willeroy & Boch. Teuer, aber dafür wirklich sehr, sehr schön, sehr stark selbstreinigend. Also die Qualität ist schon eine andere. Und insofern denke ich, bei diesem Engel wurde hier auch an Qualität nicht gespart. Der ist mit Sicherheit auch seinen Preis wert. Eine hochwertige Keramik zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nicht gleich Risse hat und gleich Beschädigungen hat, wenn man mal irgendwo gegenstößt. Man muss es natürlich nicht mit Gewalt auf den Boden schmeißen. Aber es hält schon einiges mehr aus, hat schon eine ganz andere Stabilität und Qualität. Und insofern ist dieser Preis nun mal angemessen, so wie es auch tut. Und ansonsten ist es einfach eine Frage des Geschmacks. Dieser Engel ist sehr fantasievoll mit diesem Kopf, der ja eigentlich eher wie so eine Lasche wirkt. Wenn die Flügel nicht angesetzt wären, würde ich das eher für eine kleine Glocke halten. Aber sie klingt gut, horcht mal. Sie hat wirklich einen sehr schönen Klang. Und da ist eben dieser Punkt, wo ich sage, das ist eine andere Qualität. Ich habe eine Porzellanglocke. Die klingt bei Weitem nicht so. Die klappert einfach nur. Aber das hier, das ist ein richtiger, hochwertiger Klang. Und ich denke mal, dieser Klang spricht für sich. Da brauche ich gar nichts mehr weiter zu sagen. Sie ist weiß, sie ist, ja, lasiert. Eigentlich ist es mehr so ein Cremeweiß und so ein, ja, wie kann man das nennen? Naturweiß, würde ich meinen. Ja, eher so ein Naturweiß und hat lauter kleine goldene Sternchen noch drauf. Unten ist sie rau, da ist sie nicht lasiert, da ist sie Natur. Und innen ist dann dieser kleine Pendel, der für diese wunderschönen Geräusche sorgt. Ich finde sie sehr hübsch. Ich sage schon sie, die Glocke. Nein, ich meine, ich finde den Engel sehr hübsch. Ich finde ihn sehr niedlich, da wo er hinpasst. Und da wo er hinpasst, da weiß man wahrscheinlich auch, dass der Preis einfach angemessen ist. So, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.